Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin momentan bei 57.800 US-Dollar. Wir haben ehrlich gesagt kaum Bewegung gesehen gestern. Bitcoin bewegt sich in einer kleineren Range. Wir haben keinerlei wirkliche News-Events. Wir sehen bei Ethereum kaum Bewegung, immer nur diese kleinen hapsigen Bewegungen nach oben. Aber so dieser finale Stoß nach oben, beziehungsweise dieser finale Impuls nach oben, der fehlt uns noch. Und dazu fehlt uns natürlich auch ein bisschen Volumen. Das seht ihr auch selber, geht ein bisschen momentan zurück. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall anschauen, wie wir jetzt hier weiter vorgehen. Wir werden natürlich auch auf Ethereum gucken, wir werden auf Gold gucken, DAX und natürlich auch auf dem Euro gegen den US-Dollar. So, bevor wir aber starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale. Kommt da gerne rein, den Link dazu findet ihr kostenlos. Und in der Videobeschreibung später, ich habe gestern eine kleine Umfrage gemacht, welchen Altcoin ihr euch als nächstes wünscht. Und es kommt auf jeden Fall Chainlink heute dann im Laufe des Tages. Und ja, wenn ihr noch Altcoins kaufen wollt, beziehungsweise möchtet, könnt ihr das auch natürlich bei meiner Partnerbörse Bingix machen. Dort einfach anmelden und ja, ein paar Boni auch noch abstauben, wenn ihr Bock habt. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 57.800 US-Dollar. Wir sind im 4-Stunden-Timeframe und wir sehen gestern, wir hatten, wie gesagt, diesen kleinen Push auf 59.400 US-Dollar. Darüber haben wir ja gestern früh im Video gesprochen. Wir schauen uns das nochmal ganz kurz auf den 1-Stunden-Timeframe an. Und haben dann aber auch dazu gesagt, okay, nochmal so ein kleiner Rücksetzer wäre jetzt nicht wirklich unwahrscheinlich hier in Richtung 57.000 US-Dollar. Also, den haben wir auch bekommen. Was man sich vielleicht nochmal ganz kurz angucken könnte, ist, wenn wir uns das FIP-Level mal ganz kurz ziehen von dieser letzten Bewegung bis nach oben, sehen wir auch, okay, wir haben jetzt hier nur gratis 0,5 angetestet. Das heißt, grundsätzlich eine Möglichkeit hier in Richtung 56.400, 56.700 US-Dollar wäre auf jeden Fall im Laufe des Tages noch einmal möglich. Man muss jetzt auch dazu sagen, wir haben Donnerstag. Das heißt, Donnerstag ist ja sowieso immer so ein bisschen Trend-Reversal-Tag, wobei man sagen muss, so einen richtigen Trend diese Woche hatten wir nicht. Aber, wie gesagt, ich erhoffe mir weiterhin immer noch diesen letzten Impuls hier hoch in Richtung mindestens 59.800, wenn nicht sogar 60.500 US-Dollar. Das ist für mich weiterhin klar unser Short-Szenario. Das heißt, hier oben dann den Short reinsetzen für einen weiteren größeren Abverkauf. Dazu werden wir uns auch gleich nochmal die US-Märkte nämlich dazu angucken, damit ihr auch vielleicht versteht, warum ich ein bisschen bearischer hier eingestellt bin und jetzt noch nicht von ca. 64.000 oder 70.000 US-Dollar wieder ausgehe. Gehen wir nochmal zurück in den 4-Stunden-Timeframe. Was mich auch von gestern noch ein bisschen stört, ist eben dieser kleine Dock, den wir hier oben noch haben. Der bietet schon noch einiges an Liquidität. Wenn wir das mal so ganz kurz angucken, die Abverkaufscandles waren im 4-Stunden-Chart deutlich ein bisschen, deutlich ist ein bisschen übertrieben, aber ein bisschen kleiner, das heißt auch hier oben liegt noch ein bisschen Liquidität. Gleichzeitig haben wir noch nicht mal die Supply-Zone bzw. diesen Order-Block hier oben angetestet, plus das Golden Pocket liegt halt hier oben auch noch. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr Liquidität nach oben hin liegen, die wir erstmal abfischen könnten, um dann noch einmal, sage ich jetzt mal, die ganzen Short-Positionen aus dem Markt zu spülen, bevor wir dann unten die zu frühen Longs, die hier unten bei 53.000 US-Dollar getriggert wurden, auch noch ausspülen und dann in Richtung 52.000 US-Dollar noch einmal nach unten hinsetzen. Schauen wir uns das gleich nochmal bei Ethereum an. Hier gleiches Spiel, nur hier muss man ehrlicherweise sagen, die Range ist nochmal ein bisschen enger. Also lässt sich eigentlich ganz gut traden. Immer, ich sage jetzt mal, hier unten bei 3.070 US-Dollar Long und dann sobald wir hier oben sind, in Richtung 3.120 wieder Short bzw. die Position schließen. Auch hier muss man aber dazu sagen, hier haben wir zumindest schon mal den Hit in diese kleine Supply-Zone bekommen in einem 1-Stunden-Scheit. Trotzdem, so richtig Liquidität liegt dann auch erst hier oben bei 3.250 US-Dollar. Das ist weiterhin hier oben das Golden Pocket. Das heißt, auch dieser Fahrplan, den wir gestern besprochen haben, nochmal nach oben, Liquidität tanken, genauso wie bei Bitcoin, dieser besteht weiterhin. Und gestern, oder beziehungsweise muss ich dazu sagen, der Unterschied zu gestern ist, Ethereum hat ein bisschen gegenüber Bitcoin aufgeholt. Also wenn ihr euch mal ganz kurz die Charts so ein bisschen anguckt, wir hatten ja gestern diesen großen Impuls nach oben bei Bitcoin, während wir bei Ethereum einfach immer noch ein bisschen so rumgetrödelt haben. Da ging es dann aber, sage ich mal, über die Stunden lang immer, immer weiter nach oben und jetzt halten wir uns auch relativ gut in diesem Preisbereich. Also auch hier ist die Chance weiterhin da, dass wir in Richtung 3.250 US-Dollar beziehungsweise 3.270 US-Dollar noch einmal aufsteigen, bevor wir dann im Endeffekt den nächsten Abverkauf sehen, der auch meiner Meinung nach immer noch sehr stark notwendig ist zwischen 2.800 und 2.700 US-Dollar. Das heißt auch hier für mich weiterhin der Short-Bereich hier oben. Jetzt gehen wir mal ganz kurz zum S&P 500, weil wir da in den letzten Tagen wieder einen extrem hohen, beziehungsweise einen sehr, sehr starken Anstieg in den letzten Tagen haben. Und genau das ist das, was mir momentan hier ein bisschen eigentlich überhaupt nicht so gefällt. Diese starken Anstiege mit überhaupt beschissener Wirtschaftsleistung, mit einem komischen US-Präsidenten, mit was weiß ich, was da drüben alles abläuft, gibt es momentan meiner Meinung nach nicht wirklich her. Die FED hat immer noch keine Rate-Cuts angekündigt, beziehungsweise hat gesagt, okay, wenn dann vielleicht 1 oder 2. Deswegen gibt sich das hier meiner Meinung nach nicht wirklich wieder. Weshalb man hier auch etwas vorsichtig sein sollte. Einfach nur deswegen, dass wir hier Divergenzen en masse haben und deswegen auch hier möglicherweise bald diese Korrektur eingeleitet werden kann und das dann auch wiederum zu Bitcoin und auch Ethereum passen würde nochmal ein bisschen höher. Die US-Märkte haben ein bisschen hochgezogen, nimmt den Kryptomarkt ein bisschen mit, bevor wir dann möglicherweise dann eine größere Korrektur hier sehen werden. Und auch hier sehen wir selber, so richtig bullisch sieht dieser Chart dann auch nicht mehr aus. Nur mal so ein kleiner Hintergedanke, vielleicht mal im Hinterkopf behalten, weil wir uns zuletzt weniger die US-Märkte angeguckt haben, aber es ist nicht verkehrt, darauf zu blicken. Ja, Gold, same as every day momentan. Es tut sich einfach zu wenig. Hier ist der Markt auch so gefühlt tot, also wirklich gar keine Bewegung momentan. 3.000, äh, 2.380, 3.000 wäre schön, ähm, 2.380, 2.390 US-Dollar. Planen weiterhin die 2.411 Dollar als Short-Signal wegen der Ineffizienz. Vielleicht werden wir sogar ein bisschen eher schon reingehen, weil man hier auch sagen muss, die Ineffizienz 1 Stunden und 4 Stunden Time-Frame beginnt hier schon ein bisschen eher. Das heißt, Plan momentan 2.405, Stop-Loss wahrscheinlich über 2.430, 2.440 US-Dollar. Aber Risk-Management, schauen wir uns auch mal hier noch ganz kurz dazu an, wären circa 1,5 bis 1,7 Prozent, je nachdem, wie wir dann die Position im Endeffekt eröffnen werden. Gehen wir rüber zum DAX. Hier hat es gestern, ähm, ordentlich nach unten hingekracht, auch wenn man hier dazu sagen muss, wir ziehen mal ganz kurz das FIP-Level, ähm, das Golden Pocket weiterhin sehr, sehr gut gehalten hat, wäre eigentlich eine Long-Option gewesen. Hab ich aber ehrlich gesagt gestern nicht auf dem Schirm gehabt, bin ich ehrlich, auch wenn ich es gestern im Video gesagt habe, wäre eigentlich perfekt gewesen, wer da rein ist oder nach dem Video reingegangen ist, äh, Stop-Loss-Entry, 25 Prozent rausnehmen und lass das Ding laufen bis da oben, 18.700 Punkte, könnten auch durch die US-Märkte heute nochmal einen ordentlichen Push sehen. Was man hier dann nur noch ein bisschen beachten müsste oder vielleicht sogar heute schon im Blick haben sollte, wenn wir auch hier mal das FIP-Level ziehen, den zweiten Take-Profit, wer der Long ist, äh, 18.480 bis 18.500 US-Dollar und da dann eventuell sogar schon den ersten Short reinknallen. Muss man jetzt dann mal gucken im Laufe des Tages, ob es das Risiko wert ist, werde ich euch auf jeden Fall aber dann in der Telegram-Gruppe auf dem Laufenden halten. Und last but not least, äh, Euro gegenüber dem US-Dollar, wir nähern uns langsam aber sicher der Verdopplung. Es ist wirklich zäh, aber es wird langsam, also weiterhin hier oben die 1,086 Euro und dann kann es von mir aus das Ding unten hin abrauschen. So, also keine Änderung. Wir schauen uns später dann noch Chainlink auf jeden Fall in einem extra Video an und ansonsten würde ich sagen, äh, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen und wir hören uns später wieder. Wünsche euch einen schönen, erfolgreichen Tag, lasst es euch gut gehen. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay quick.